Finanztip goes Podcast. Ja, endlich ist es soweit. Wir von Finanztip haben unseren ersten eigenen Podcast gestartet. Der heißt Auf Geldreise. Und darin gehen meine lieben Kolleginnen Annika und Anja selbst ganz privat auf Geldreise. Nämlich, wenn sie für sich selbst die Welt der Finanzen erschließen. Und dabei zum Beispiel klären, warum am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist. Wenn sie zum ersten Mal zur Bank gehen und sich zum ersten Mal an Aktienrand trauen. Und wenn sie auf die Frage Kind oder Karriere antworten, ich will beides. Erfahrt in diesem Video mehr über unseren ersten Finanztip Podcast. Und hier sind sie auch schon. Anja und Annika von Finanztip. Hallo jeder draußen, ich bin Anja. Hi, ich bin Annika. Und ganz ehrlich, hättet ihr uns beiden vor fünf Jahren gesagt, dass wir eines Tages einen Podcast zusammen machen. Und darin auch noch über Geldthemen sprechen. Ich glaube, wir hätten euch einfach für verrückt erklärt, oder Anja? Absolut. Ich für meinen Teil dachte tatsächlich, ach, Finanzthemen, damit kann ich mich später beschäftigen. Tja, und dann bin ich bei Finanztip gelandet. Aber was soll ich euch sagen, zum Glück, denn gerade für uns Frauen ist das Thema unglaublich wichtig. Absolut. Denn wir haben einfach andere Erwerbsbiografien als Männer. Wir leben länger, wir verdienen leider immer noch weniger und haben dementsprechend auch weniger Rente. Umso wichtiger, dass wir das Thema anpacken. Und ich muss sagen, ich war total schockiert, als ich gelesen habe, wie viele Frauen immer noch davon ausgehen, dass sie im Alter abhängig sein werden von der Rente ihres Partners. Das darf, das kann, das darf doch einfach nicht sein, finde ich. Absolut. Also politisch gesehen muss da noch einiges passieren. Aber darauf können wir nicht warten. Und deswegen nehmen wir unsere Finanzen einfach selbst in die Hand. Für finanzielle Freiheit, für alle. Und wir laden euch ein, mitzukommen. Und zwar begleitet uns in unserem neuen Podcast. Auf Geldreise heißt er und wir tun genau das. Jeden Donnerstag gehen wir auf Geldreise. Kommt mit, wir freuen uns drauf. Bis dahin. Ciao. Bis dann. Unseren Podcast auf Geldreise findet ihr auf allen gängigen Plattformen, wie Spotify oder iTunes, aber natürlich auch auf der Finanztip Homepage und im Finanztip Newsletter. Und außerdem erfahrt ihr mehr über die beiden und ihren Podcast auf ihrem Instagram-Account, der heißt ataufgeldreise. Also hört gleich mal rein und abonniert den Kanal am besten gleich. Aufgeldreise, der Finanztip Podcast für Frauen mit Anja und Annika.